Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Europa Universalis 4. Wir nehmen mal wieder 30 Darlehen auf und holen uns wieder Söldner. Natürlich, weil die Spanier sind wieder da. Ja, aber das hat das letzte Mal auch schon gut funktioniert. Aber hier ist vielleicht die Portugiesen irgendwie so böse ankommen. Aber hier sind keine Transportscheffe, die wir gerade sehen. Ja, wir gehen natürlich ans Truppenlimit, ist ja klar. Wir haben leider noch nicht Tag 13. Das ist sehr ärgerlich. Ich überlege fast, ob wir uns den nicht irgendwie anders holen. Aber wir haben schon überhaupt irgendeine Entwicklung. Aber es gibt sowieso noch die Grutbeser. Ich dachte, man könnte auch irgendwie Willi-Gut-Deck legen. Aber da sind wir hier noch ziemlich weit weg von. Oh, unsere Bürger sind nur noch 7% loyal. Da können wir bestimmt gleich aufstarten. So, was ist nur noch 7% loyal? Das ist echt nicht gut, dass wir hier... Weißt du eigentlich... Äh... Äh... Wie wir das gewinnen? Nein. Taktische Verständnissen. Du musst die... ...einkreisen und dann fertig machen musst du die. Wenn die 20.000 weg sind, dann sind ja die 20.000 da schon mal weg. Damit... Da kommt der erste Fight. Der erste große Fight. Ja, aber wir sind zu spät. Der wird uns jetzt so bröckchenweise wegmachen. Ja, wobei die kommen am zweiten immerhin noch an. Sechster Mal ist auch nicht so schlecht. Na, das hat er auch eingesehen. Unser Gegner, dass er mit uns hier nicht gut Kirschen essen ist in den Bergen. Auch Guerillakrieg jetzt in den Bergen. Ihr besitzt 28, um aus dieser Verständnis eine Erkenntnis zu machen. Ihr besitzt aber nur minus 25. Ja, gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Braucht wir nur 53. Ihr besitzt aber nur minus 25. Finde ich gut. So, wollen wir den Fight gleich da annehmen? Ja, aber ohne Take 3. Ich habe halt Angst vor Take 13. Ich bin so gespannt jetzt, was du da jetzt draus machen willst. Der Nergoritz will jetzt über die Flanke spielen. Und jetzt greift er zu. Die kraften Stein. Kommt! Das dauert ein bisschen länger als erwartet. Wir verlieren trotzdem mehr als sie. Aber wir haben gewonnen. Ja, das habt ihr euch so gedacht, Spanien. Guck mal nach Norden, nicht, dass da was passiert. Ja, da wird was passieren. Das lässt sich nicht vermeiden. Wir müssen auch hier mal eben ganz schnell das hier machen. Was wollt ihr eigentlich von uns? Das ist gar nicht so viel wie erwartet. Ein bisschen random, was die von uns wollen. Warum wollen die den Zippel von Conchita da oben? Ah, wir mögen halt gerne Wurst. Da kraftiere ich ihn. Eigentlich wäre es halt geil, wenn wir Portugal rauskriegen würden. Aber Portugal ist halt einfach nicht in Brasilien, sondern nur da. Und da kommen wir nicht hin. Portugal ist nicht in Brasilien. Also wenn jetzt irgendwelche Eingeborenen kommen, kann ich da jetzt auch nichts ändern. Warum rennen die denn da ganz hin? Darlehens zurückzahlen? Wir haben kein Geld dafür. Was ist denn das für eine Nachfrage? Wollt ihr nochmal Finger in die Wunde legen oder was? Was sind das für eine Frage? Sollte ja wohl klar sein, dass wir keinen Kredit zurückzahlen wollen. Charles der Erste Herbert. Wer kennt die nicht? Wir haben schon 1% Kriegstand. Ja. Wir können auch fast wieder was holen. Wir sind nämlich nur noch bei minus 4. Wir machen auch nur 51 Verlust pro Tick. Mann. Also ich glaube von der Idee, irgendwann mal schuldenfrei zu werden, können wir uns auf jeden Fall verabschieden. Und da kommen die Portugiesen und neue Spanier. Warum die Portugiesen? Was wollen die Portugiesen von uns? Ja, die sind halt leider verbündet mit diesen Idioten hier. Ja, aber das ist doch einfach nicht in Ordnung. Ah, wie viel sind denn das? 25 ungefähr, ne? Die Frage ist halt, wollen wir einfach erst unten das einnehmen? Also die Kieks-Ziel ist Guaya... Wo ist das denn überhaupt? Guaya Kiel. Da oben. Wegen diesem bescheuerten Tumpe ist da. Also hier unten waren es 20.000, ne? Wir haben übrigens inzwischen mehr Truppen. Ich denke, mit dem sollten wir hochgehen können. Dauert halt nur ein paar Jahre. So, bis wir da sind, ist ungefähr Weihnachten. Ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn wir es schaffen würden bis Weihnachten. Ich finde das schön, wie unsere Vasailen uns immer aushelfen. Richtig, so mag ich meine Vasailen. Ich weiß noch, dass unsere Vasailen uns geholfen haben, indem sie die Rebellen beseitigen sollten. Das aber irgendwie nicht hingekriegt haben. Ja, also man muss ihn halt zugute halten. Sie haben den Militär-Tag 7. Ja, aber ich meine, im Reich ist der Fortschritt schon weit fortgeschritten. Jetzt sind hier wieder irgendwelche komischen Rebellskys einmarschiert. Oh, immer diese Spanien. Nein, wir können nämlich nicht einfach in Ruhe lassen hier. Wir wollen doch einfach nur die Welt erobern. Was ist denn daran so verwerflich? Wir wollten ja nicht die Welt erobern. Wir wollten ja eigentlich nur in Südamerika erobern. Ja, wir wollen nicht mal die Welt erobern. Was stellen die sich eigentlich so an hier? Erstmal auf unserer Hauptstadt. Die Welt ist natürlich ärgerlich. Das will ich bestreiten. Warum sind hier eigentlich gerade Osmanen? Nur mal so eine kurze Frage. Was haben die hier zu suchen? Wo sind die? Warum? Meine König! Ja, das ist ja mal so ein leichter Weg, den wir so laufen müssen. Da laufen wir ja übermorgen noch. Wo kommt denn jetzt das? Ja, die war halt im Terra Eccognita. Hoch. Die müssen sogar leider einzeln hoch. Das ist jetzt einfach zu viel. Wenn Portugal nicht immer irgendwie so kriegsgeil da mitmachen würde. Revolte! Ja, Spanier, greift doch mal bitte unsere Revolte an. Unser Hauptstadt wird halt fallen. Das wird uns massiv viel Geld kosten, weil wir dann das einzige Land, die einzige Provinz, die irgendwie Geld einspielt, verlieren. Link, ja? Also ich meine Löwenau-Kundreiplatz. Löwenau-Kundreiplatz. Wo kommen die denn jetzt hier schon wieder her? Naja, mit denen können wir gerade nicht uns beschäftigen. Da oben sind ja auch schon wieder welche. Ach ja, die habe ich ja angekündigt. Stimmt. Ich erinnere mich. Tag! Große Guss, eine seiner Kanone. Kanone. Die Fallen der Hauptstadt ist echt schlimm. Und da kommen wir nie im Leben mehr rechtzeitig hin. Ne. Da kommen jetzt schon wieder diese blöden Spanier angeschissen hier. Da auch. Ja, aber das ist die Blau-Spanier. Das sind nicht die originalen Spanier. Ich würde auch gerne die Portugiesen einmal abfrühstücken. Einmal. Wie wäre es mit Frieden? Noch nicht. Okay. Überrasch mich. Oh Mann, gleich unsere Hauptstadt, die fehlt. Das ist echt schlimm. Vor allem, wenn die dann... Oh, ist das denn ein Berg? Was ist denn das? Ein Hügel. Dann sind wir halt leider auch Angreifer, wenn die da noch drin stehen. Ja, ist schon gefallen. Brauchst nicht mehr anfeuern. Ja, aber gerade eben war das noch nicht gefallen. Doch, genau in dem Moment, als du angefangen hast, das zu sagen, war es gefallen. Das ist doch nicht vorbei. Ich korre erst mal wieder ein bisschen. Natürlich. So, wir müssen jetzt mal einmal ganz kurz... Ähm... Kurz mal einmal... Ups, da bin ich gerade aus dem Spiel rausgetappt. Ich weiß gar nicht, womit das zusammenhängt. Ja, was ist das denn für eine Hauptstadt? Überall Überquerungsmalus, oder was? Was sind die denn schon wieder hier abgehauen eigentlich? Wo sind denn unsere Basalen? Die gammeln da oben rum. Ja. Alter, ist das nicht schlecht. Oh. Oh, das ist nicht gut. Wir haben doch doppelt so viele Truppen. Ja, aber wir greifen mit einem Überquerungsmalus in den Hügel an. Also, unsere Hauptstadt ist eigentlich schon gut geschützt. Ja, wenn man nicht acht Jahre braucht, um da anzukommen, ja. So, gleiches Spiel jetzt hier. Da machen wir allerdings noch weniger Schaden, weil wir zweier Geländemalus kriegen. Ja, das schaffen wir nicht. Ich glaube, wir haben verloren. Und jetzt kommen hier... Jetzt kommen unsere Verbündeten angeschissen, ja? Da sind hier keine Kanonen drin. Der Spanienkrieg im Januar 1773 an der Ostfront, sieht nicht so gut aus. An der Heimatfront. Der war auch nicht so stark. Spanienkrieg. Aber unsere Hauptstadt haben wir gleich wieder. Gleich? Ja, gleich im Sinne von bald. Gleich spielt Bremen auch wieder in der ersten Liga in drei Jahren. Ihr seid doch noch nie mehr abgestiegen. Also, stand jetzt hier in der Aufnahme. Ja, Ausstrahlung dürfte es auch mal nicht so weit sein. Ein Darlehensangebot aus Utrecht. Nein. Brauchen euer dreckiges Geld nicht. Nein, wir brauchen das Geld nicht. Mann. Ich kann dir nicht mal einen Mauerdurchbruch empfehlen. Ein Befehl. Aber ein paar Chors sind durch. Aha. Löff doch. Und irgendwo haben unsere Schiffe gekämpft. Gut, dass ich das mitgekriegt habe. Interessanterweise ja, obwohl hier 26 spanischen Truppen stehen. Aber das sind Transportschiffe. Mir schwarz Böses. Ich glaube, wir müssen wirklich nochmal einen zweiten Versuch hier starten. Wir kommen am 4. Juni an und hier am 3. Really? Wir haben einen 4er, aber der ist leider in dem Angriff-Dings drin. Ich riskiere es jetzt einfach. Und es hat nicht geklappt. Wir kriegen immerhin keinen Malus. Ja doch, natürlich kriegen wir einen Malus. Das wäre halt, wenn wir eher angekommen wären, hätten die den Malus gekriegt. Ja, ich würde sagen, wir beenden an dieser Stelle jetzt mal. Und wir werden dieses Projekt nochmal neu starten mit Jomonia und einer anderen Religion. Ich glaube, dann läuft es schon viel besser. Ich weiß zwar noch nicht mit welcher. Weil das ist eigentlich alles scheiße, was wir hier nehmen können. Aber ich glaube, wir müssen hier nochmal einen zweiten Versuch starten und uns dann mit ein bisschen mehr Geld doch Spanien deutlich besser zur Wehr setzen. Würde ich behaupten, oder Zarok? Wie siehst du das? Ja, also der Krieg ist jetzt noch nicht verloren. Aber eigentlich schon. Aber wir haben halt kein Geld. Das ist das große Problem, dass wir kein Geld haben. Genau, man könnte hier noch weitermachen natürlich. Die wollen auch inzwischen sogar weniger haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provinzen wollen die nur. Aber warum denn genau in der Mitte? Ja, um uns abzufacken. Hat keiner der Grund, glaube ich. Aber ja, also wir haben halt das Problem, dass wir aus diesem Schuldensumpf nicht so richtig mehr rauskommen. Und wir müssen aber eigentlich noch deutlich mehr Schulden machen, um hier überhaupt Truppen zu haben. Das große Problem ist, dass wir auch viel Rebellen haben, was einfach an einer religiösen Einheit von 16% liegt. Zugegeben nicht ganz so viel. Also ich glaube, da lässt sich auch noch mehr machen. Und wenn wir schon eine andere Union genommen hätten, hätten wir vielleicht wirklich sunnitisch nehmen sollen, mit einer hohen Legitimität. Hätten wir dann relativ häufig Korruption runter machen können und dadurch Geld bekommen können. Könnte noch alles viel schlimmer sein. Das stimmt. Aber nicht mehr in diesem Netzplay, denn das ist jetzt vorbei. Wir werden das Ganze nochmal versuchen. Wahrscheinlich gibt es zwischendurch allerdings nochmal einen Versuch, mit Landshut Bayern zu werden und dann, was weiß ich nicht, was zu machen. Das wollten wir mit 1.30 Uhr machen, kommt ja demnächst raus. Aber dieses Projekt werde ich auf jeden Fall nochmal mit Zalrock machen wollen. Wir müssen Diomundia zur Größe verhelfen. Wir müssen die Spanier. Dies war nur ein Teil Erfolg. Wir kommen wieder, keine Frage. Macht's gut. Tschüss. Scheiß Spanier. Tschüss. Vielen Dank.